Und dann Pentakill macht. Es war ja auch immer sehr schön, ne? Äh, ja. Hey, wie habe ich Spiel gewonnen? Achso, hätte ich mitspielen sollen. Okay, gut. Wäre zwar nicht nötig gewesen, aber ja. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Ah, man, man, so Top-Rankler irgendwie so. Ah, ja, ich mache mir einen Dritt-Account und bla bla. Und ach, da bin ich auf. Ich weiß nicht. Gut, ich wollte damals auch mal ein bisschen besser in LoL werden. Und dann wollte ich... Wird man automatisch ein bisschen salty. Muss man echt sagen. Es ist einfach so. Bei solchen Spielen. Und, äh, ja. Irgendwann habe ich gesagt, ich lecke mich an. Der Flüße. Warte mal, das Schiff steht da, das Schiff steht da. Okay, ihr macht jetzt einen gut gekonnten Zeitenwechsel, habe ich gehört. Aber vorher lädt es sich ja noch aus. Irgendwas mache ich hier gerade total verquert. Ich weiß auch nicht. Gott. Ich muss Routen einrichten. Ich sehe schon. Ich kann nicht mit zwei Schiffen. Das endet nur im Chaos. Jetzt am besten noch ein drittes Schiff dazu. Das wird richtig toll. Ja doch, es macht noch ein bisschen Sinn. Oh Gott. Äh, ich muss auch noch in die andere Gefilde und so. Wo, wo die Preise auch besser sind für Dinge. Waren. Und hier Tabak und so. Ankarren und sowas. Ah, das wird noch toll. Uff. Uff. Wir sind ja noch ganz am Anfang des Spiels. Also da ist noch ja nichts passiert. In dem Sinn. Außer, dass wir ein paar Gebäude gebaut haben. Die wir auch unbedingt brauchen. Oh, geil. Wurde mal. Ja, jetzt kommen wir gar keine Couchen in Zukunft, ne? Das ist doch keine Jungen, was ich loswerden möchte. Vielleicht möchtet ihr noch ein paar. Ach komm, wen dann zum Nulltarif? 65, 65. Ja, danke. Was habe ich noch? Gemüse. Ja gut, das Gemüse kriege ich noch ein bisschen los. Guck mal, wir packen 50 Gemüse raus. Und dann nehmen wir eine Couch mit. Oder so. Als hätte man das Gemüse nicht auf die Couch legen können. Was? Merkt auf der Couch. Sieht bestimmt gut aus. Oh Gott. Ist die teuer. Ist die teuer. Okay, wir nehmen vier mit. Kriege ich davon auch noch was? Ne, ne? Habe ich kein Geld mehr dazu. Ach Mann. Uff. Ich bin schon wieder pleite. Jammer Mann. Ihr wisst ja, warum ich immer pleite bin. Ich investiere zu schnell, zu viel. Zu tralala, glaube ich. Ich glaube, das ist das Problem. Zu viel Ware auf dem Schiff immer. Und dann denke ich so, ja. Soll die Ware auch irgendwie mal wieder loswerden. Und so. Na gut, Luxusküter ist natürlich immer besser. Als das andere Kram. Okay, es war klar, dass du zuerst ankommst. Wobei, es kommt ja auch darauf an, wie die Winde sind, etc. Pipapo. Was hier nicht alles mitberechnet wird mittlerweile. Ey, da kriegst du einen Föhn. Da kriegst du einen Föhn. Ne, ne, ne. So, das Obst muss ich nachher nach unten bringen. Äh, Gemüse brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber das hast du überhaupt noch was geladen. Ach, Eisen. Dings, booms, tralala. Okay, aber ich sag mal so, der Preis ist nicht mehr wirklich gut. Ne, also wir sind schon fast beim Normalpreis. Oder bei dem Preis, wofür wir es eingekauft haben. Deswegen rentiert es sich nicht mehr wirklich zu verkaufen. Ja gut, die Möbelstücke geht noch. Könnten wir auch nicht das hier einkaufen? Wissen? Wieso? Warte. So, warte mal. Du bist jetzt Maxi. Mit Maxi wollen wir ja weiter rumfahren. Äh, fahr mal nach oben. Mal gucken, was die so brauchen können. Na, einen Buhnenpäden. Und du guckst hier mal rein. Aber ich weiß nicht, ob die einen Pendler bauen sollen. Ob ich hier nur einen Pendler bauen soll? Ich weiß es noch nicht. Oder ob ich es erstmal bei meiner Stadt nur mache. Ah, es gibt so immer so magisch Dreiecke, sag ich mal. Also hier ist der Preis immer gut. Obwohl es schon ziemlich knapp wird, langsam. Ich habe gerade viel Kautsch verkauft. Ob ihr denn auch eine kaufen können? Nicht mal die Ming-Vasen. Oh Gott, ich bin so pleite. Schon genau. Das ist nicht mehr wein, eigentlich. Es ist nicht mehr wein. Nein. Nee, das ist Moritz. Warte mal, da bist du ja der Kleine. Du bist ja Max. Oh Gott, ich bin zu doof. Ja gut, das auch. Aber... Was ist das hier eigentlich? Gibt es ja irgendwas. Warte mal, das muss jetzt langsam... Äh, warte mal. Hier ist... Ah, warte mal. Cat Island und so. Oh, Cat Island, ich komme. Ich such dich mal. Wo ist Cat Island? Ich will zu Cat Island jetzt so. Jetzt habt ihr das mir angetan. Jetzt will ich Cat Island finden. So. Ich habe gerade gedacht, hä, was ist denn das für eine Inselgruppe da? Da muss doch irgendwo Cat Island sein. Auf jeden Fall. Oh, ja. Das ist mal wieder ein guter Preis. Ah, da macht es verkaufen Spaß. So 200 rum. Ja. Ja, wir wollen. 700. Ah, herrlich. Okay, ich mache doch die Rum, die Rum noch. Ich sehe schon, es könnte lukrativ werden. Nee, 600 dürfte gerne dafür. Also, dafür habe ich den Kredit schon fast aufgenommen. Ja, also, hallo. Uff. Uff, ich sage nichts. Wir haben gerade mal eben just 40.000. Ola, die Waldfee. Also, machen die die Dinger hier. Nee, die Polizien die gar nicht. Also, manchmal, manchmal. Ich weiß nicht, warum. Ist auch ein Minus 1. Nur einfach, die kriegen einfach nichts, ne? Also, hier so, ne? Minus 1 wird verbraucht in der Stadt. Ist gar nichts. Im Grunde. Im Grunde ist dann ja nichts. Aber, ne? Wenn nichts da ist, dann wollen sie doch haben. Das ist das Gute. Aber Bananen haben die ohne Ende, ne? Also, im dritten Teil war es einfach nur ein Bananenbild. Deswegen Banane. Ist eigentlich natürlich Obst. Gemüse könnten die auch hier oben haben. Gut, dann können wir vielleicht noch ein zweites Lagerwald bauen. Das wäre geil. So, du bist der Kleine, du bist der Große. Okay. Okay, von oben sehen sie beide relativ klein aus. Oh, ist eine kleiner ist als das andere. Aber, naja. Ist das ein oder zwei Punkte? Hehe. Ah, wenn man mal guckt, ne? Was für Werte man auf dem Schiff rumfliegen hat. 31.000 und 18.000. Ne? Wenn man den Kram mal verkaufen würde. Irgendwo, wo es ein bisschen lukrativer ist, dann holen wir lieber halt für ihn. So, dann gucken wir mal hier. The Moritz. Oh, der Holländer! Ein Händler aus Nassau. Und die haben mal eine Literal-Alarm. Achso, ja, was ich sagen wollte wegen den Flüssen. Ah, jetzt sehe ich schon. Ah, guck mal, deswegen haben die das hier auch gemacht. Das ist nämlich seichtes Wasser hier bei den Inseln, ne? Das ist, ach, das sieht auch schön, äh, heckerler aus. Das sieht schön, äh, aus. Hier haben wir Tiefwasser, hier ist seichtes Wasser und so, ne? Deswegen, man kann mit den großen Schiffen natürlich hier nicht rüberfahren. Deswegen, wenn man jetzt mal die Schiffswerte sich anschaut, hier hat man nämlich den Tiefgang des Schiffes auch wieder. Und, äh, deswegen haben sie es eingebaut. Äh, jetzt verstehe ich es dann, ne? Ja, gut. Weil manche Schiffe kommen durch manche Passagen dann nicht durch. Bei der Karte. Wie eben damals. Also, hier vorne ist ein Steg. Ach, wie sind es keine Piraten? So, hallule! Oh, scheiße, das war der falsche Steg. Entschuldigung, ich habe mich verkleckt. nein da ist auch zu den katzen herrlich habe ich jetzt das andere schiff irgendwo geschickt ja ich habe ja ich habe glaube ich weiß ja wie viel obst noch okay schiff ist schon mal voll haben kann die trennen so viel kram hier oben habe ich irgendwas gelernt vielleicht verkaufen könnte 200 geht gerade so es geht ja gut stoff brauchen wenn wir bauen wollen wenn wir bauen wollen zum stoff produzieren so ich habe ich mir mal gleich ein ganz kurzes bäußchen und gucken wir mal das wollte ich gar nicht wohl gar nicht ich habe soeben ein wenig obst verschenkt möchte jemand obst haben obst ist gesund aber gemüse ist noch viel gesünder also man sollte eigentlich ist es heißt immer es obst und gemüse oder oder so so fünf hände voll obst am tag ja dann nein ja dann nein also ja obst tun aber nicht fünf wenn dann lieber ich sag mal vier hände gemüse und eine hand obst das ist das kann man machen aber das wussten eigentlich schon unsere vor vor vorfahren in dem sinne die essenskultur in dem sinne warum kaufe ich jetzt wollen nur ach so weit baum ja genau so jetzt sind wir in den niederländischen gefüllten und steine ja sicher warum ich sag mal bin ich doof ja irgendwie schon aber ja sei mitgebracht gar nichts nichts mit keiner schleißung okay die man die nehmen ein bisschen schreibt das ist schön 306 oh ja jetzt halbwein reducing kohle do das ist schön jetzt aber wieder ein bisschen kohle ja ja die fahrt hat sich gelohnt würde ich sagen ich hätte eine nach lang nicht gesehen doch wieder erkannt ich wirklich aus dem dritten so warte mal hier oben müssen ja noch viel mehr sein hier drüben nassau und so theoretisch also neuer auftrag wir haben unsere lieferungen der exportware tabak nach europa an frankreich fallen in letzter zeit ziemlich dürftig aus das bedeutet für uns dass wir auch weniger neue siedler erhalten schön das wird man hier auch in dem teil erklärt im dritten wird sich erklärt dass das wenn man die krone unterstützt er ist ja nur vize könig also zweiter könig dass man eine krone unterstützt dass man da auch mehr sachen bekommt unter anderem leute aus europa ich wünsche dass ihr mich unterstützt und 225 bis 22 mai an meine stadt liefert derzeit nur also das heißt wir sollen jetzt am besten dass wir gerade hier mit dem es unterwegs sind also ein auch ein tisch sollte man immer so ein bisschen für aufträge haben sollen wir bitte tabak ankerren und zwar nach frankreich nach als in seine stadt da wo er ist und das ist ja hier oben in new orleans und ja wir sind gerade in holland wissen oder wie es ist ja nicht weit vom tabak links entfernt normalerweise wüsste wo es ungefähr ist sag ich mal gott haben ja schön viel reiz mit auch die warum die warum stimmst cool wofür auch mal bitte nimmt auch gleich platz für tabak wenn ich welchen finde auch steine können sie auch gebrauchen wunderbar das war ein tisch tief nur irgendwie erst mal mitnehmen ist ja da